ja netten ein klickungsvideo und zwar am mittwoch den 31 oktober zu halloween gibt von mir nimmst nächstes schwingen kann sein weil er stream müssen schon gemacht und ja das wird gespielt und zwar wir spielen als erstes jahr weg fertig sind wir uns ziemlich durch drittes stage von megaman das sind wir gerade und ja das spiel ist fertig und danach ja weiß ich noch nicht das ist halloween das wollte ich jetzt nicht und zwar ich habe kein richtiges spiel für halloween ich meine galerienanz ok aber das kann ich ja nicht spielen dass es immer auf der selben stelle aufhängt vielleicht könnte mir ja da ein paar kleine tipps geben was wir so spielen können zu halloween vielleicht ein horror game oder so aber das können wir dann vor ort auch noch ausmachen was wir machen also das ist kein problem nicht können auch was anderes spielen etwas wie hier was ich hier habe aber das können wir doch gucken was wir machen und ja wie gesagt am 31 mittwoch sagen wir wieder so 19 30 20 uhr so ungefähr so wie letztes mal und ja schauen wir wie lange es geht letztes stream ist gegangen bis 3 4 12 und ja da ja alle frei haben könnte natürlich ein bisschen später auch sein also mir wird recht sein und ja wie gesagt 31 oktober zu halloween um 19 30 20 uhr so es kann sein dass ich um 21 uhr kurz mal 10 minuten viertelstunde weg muss um source aber es wird sich dann zeigen kann sein um uns haben wir schon zum video wie gesagt wir spielen zuerst megaman 2 fertig also wer jetzt bock auf megaman bekommen hat von mir kann sich ja hier denn im stream leiste die drei videos anschauen oder auch hier schauen wie 12345 das sind ungefähr zweieinhalb stunden ungefähr eineinhalb stadt zweieinhalb stunden kann man sagen grob gerechnet aber wer hat bock auf megaman hat ich weiß auch noch mal das plane und ja also heute genau in zwei tagen am 31 oktober 19 30 oder bis jetzt ist 20 uhr von mir hier auf leistungen kommt schräg ich werde natürlich den link wieder in die beschreibung posten damit es sieht und ja ich bin freuen auf er kommen und lasse ich was schönes überlegen was wir so aus vor allem spielen können weißer halbomies oder in halloween spiel ist mir egal schweiß doch aber schauen also wir sehen uns bis dann hat rein und